hallo herzlich willkommen es ist der erste dezember und das heißt wir dürfen endlich jetzt von unseren handel mal ziehen adventskalendern die ersten päckchen aufmachen den anfang machen wir mit dem silver edition handmagazin adventskalender so sieht unser erstes päckchen aus ich mache jetzt mal das erste päckchen gleich auf und dann schauen wir was haben wir hinter türchen nummer eins vom silver edition handmagazin adventskalender finden wir heidis pro elevator shot ein saft energizing juice shot mit grüntee koffein und hand ihn fundiert das erste türchen kommt also hier von heidis garden ag aus der schweiz wir sind ja die schweizer haben in punkto cbd und hanf die nase vorn und heidi gehört da auch dazu ich freue mich schon darauf den shot zu probieren das mache ich vermutlich morgen zum frühstück dankeschön heidi magazin und und wir öffnen jetzt auch von unserem handmagazin stoner adventskalender das erste türchen das erste päckchen da schaue ich jetzt mal rein unser erstes geschenk hier im stoner adventskalender muss natürlich dem stoner nützlich sein und es sind die hybrid supreme filters wollen auch schnell schauen wie auch diese filter denn aussehen was denn für welche sind die box ist schon mal sehr ansprechend und sehr praktisch jawohl so sieht also so ein filter aus ist eine nette box mit diesen filter und 55 stück sind drin und hier ist ein kleines loch wo man das aufschieben kann finde ich sehr geil gemacht hier ist auch eine kleine anleitung wie die zu benutzen sind so sieht der filter selbst aus ich hoffe also ihr habt viel spaß damit schönen ersten dezember wünsche ich und das datum bedeutet natürlich dass wir von unserem handmagazin adventskalender der gold edition unser erstes türchen unser erstes geschenk langen aufmachen dürfen und das mache ich jetzt auch so sieht es aus unsere nummer eins schauen wir mal rein kommt mir natürlich gerade gelegen man merkt vielleicht schon ich habe schon so eine halbe erkältung im anmarsch die bio hanf pastillen thymian und minze ist auch sicher ganz toll wenn man ein bisschen erkältung hat und deswegen probieren wir noch ein angenehm schöner sehr frischer geschmack vielleicht würzig sehr minzig kann man sofort gut durchatmen medihamp hanf pastillen thymian minze da wünsche ich auch viel vergnügen damit wir sehen uns morgen wenn das zweite türchen aufmachen bis dann